Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir drei Aktien von der 10x Watchlist. Kommt zu Alphabets aktuelle Marktkapitalisierung 2,01 Billionen US-Dollar, ein aktuelles Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6, ein derzeitiges Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23, bei einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19, einer aktuellen Shortquote von 1,2%, bei einer erwarteten Dividendenrendite von ca. 0,2%. Alphabets schauen wir uns zuerst mal im Chartverlauf an, zurück bis 2021, 2022. Und zwar möchte ich hier mit euch auf ein übergeordnetes Szenario bei der Aktie mal eingehen. Ihr seht hier dieses Top-Symbol eingezeichnet, hier im Rahmen zwischen den August 2021 und den April 2022 Tops. Hier auch interessant, hier war eine klassische Wyckoff-Distribution mit mehreren signifikanten Hochs. Einem höchsten Hoch, wo hier nochmal richtig abgeladen wurde, danach einem Abverkauf und einem tieferen Hoch. Das ist immer ein ganz, ganz wichtiges Signal, wenn eine Aktie aus einem übergeordneten Aufwärtstrend, so ein kleines Blow-Off-Top hier in den Chart zeichnet und danach ein tieferes Hoch zu generieren. Ganz, ganz wichtiger Punkt, Ergebnis aus dem Jahr 2022 ist bekannt, eine langfristige Korrektur. Und was ich jetzt hier auf dem Schirm habe für Alphabets, das ist jetzt hier mal im ganz großen Bild hier diese Zone. Das werden wir uns aber auch noch gleich im Detail anschauen, die ich für Alphabets hier auf dem Schirm habe, als dann wirklich Bodenbildungsphase im Extremfall, um dann wirklich auch nicht nur die Tops nochmal anzugreifen, sondern durchaus auch eine Chance zu haben für neue Allzeithochs bei Alphabets. Wir müssen hier auf zwei Zielzonen achten. Wir hatten die Aktien natürlich auch gestern im Big Tech Update mit dabei. Da sind wir auf die aktuelle Preis-Action bereits eingegangen. Schauen wir uns gleich nochmal an im Detail. Hier ist natürlich die Chance drin. Wir haben jetzt einen kleinen Trendbruch bei Alphabets, das muss man auch auf dem Schirm haben. Aber hier ist natürlich die Chance drin, wenn es jetzt hier rutschig werden sollte, welches Level der aktuelle Support ist, sprechen wir gleich drüber, dass sie sich hier im Rahmen der 200-Tage-Linie ein bisschen ähnlich auch wie der S&P 500. Erstes Tief am 5. August hat die 200-Tage-Linie verpasst. Jetzt sind wir angestiegen. Die 200-Tage-Linie kommt hier sozusagen in diese Lücke rein. Und wenn wir jetzt nochmal abrutschen würden, könnte sich Alphabets sogar ein höheres Tief abholen als am 5. August und würde sich die 200-Tage-Linie dann hier bestätigen. Und das muss man durchaus jetzt mal als wichtiges Szenario auf dem Schirm haben. Ich habe hier das Fibonacci im Chart. Bleiben wir jetzt gleich in diesem Clip hier vom Tief im März 2024. Hier auch die weitere Berührung vom übergeordneten Aufwärtstrend. Und dieser Aufwärtstrend, das ist auch hier, wenn es nochmal richtig schmerzhaft werden sollte, bei Alphabet mein Ziel, dass es sich hier dann letzten Endes im tiefsten Fall den Boden abholt. Also habt es mal auf dem Schirm. Die 153 bis 151 US-Dollar sind die Golden Pocket aus dem Anstieg des 61er und 65er Fibonacci. Knapp drunter die 150 US-Dollar. Falls sie unter 150 US-Dollar fallen sollte, 78er, 88er Fibonacci aus Sicht des Tiefs im März 2024. Das sollte dann aber wirklich halten. Und das dürfte auch halten, falls das nochmal schmerzhaft werden sollte für die Aktie. Dann bestätigen wir uns ein weiteres Mal diesen Aufwärtstrend. Wichtig ist, dass wir aber auch den Abwärtstrend natürlich auf dem Schirm haben und respektieren. Ob man den ein bisschen enger ranzieht, damit er jetzt hier seine Berührungspunkte hat oder ob man den wirklich auf das flachste bzw. eben auf das höchste WIC hier oben einstellt. Muss man sich jetzt dann ganz genau anschauen. Vor allen Dingen eben auch die folgende Preis-Action abwarten bei Alphabet. Widerstandszone ist ganz klar 168 US-Dollar. Der Markt hat es uns zuletzt auch gezeigt. Ganz kurzfristiger Support ist bei 161 US-Dollar. Eine Stufe drunter ist die 200-Tage-Linie bei 156 US-Dollar. 150 US-Dollar ist einfach ein wichtiges Level. Das muss man auf dem Schirm haben. Das ist das Top aus dem Jahr 2021. Und drunter unter 150 US-Dollar ist das 78er und 88er Fibonacci. Und meine Maximum-Paint-Zone sozusagen aus boolischer Sicht. Da wäre dann auch hier Impuls, Gegenbewegung, Impuls abgeschlossen. 143 bis 137 US-Dollar drunter, muss man wirklich sagen. Sind wir dann vermutlich aber auch im Gesamtmarkt in einer äußerst problematischen Situation, falls das brechen sollte. Primärszenario muss ich aber eher sagen ist, selbst falls es jetzt hier nochmal rutschig werden sollte für Alphabet, dass sie sich dann im Zweifelsfall bei einem Doppelboden auf der 200-Tage-Linie bereits Support abholen kann. Und die läuft aktuell bei ganz genau 156 US-Dollar. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Kommt zu NIO. Aktuelle Marktkapitalisierung 7,7 Milliarden US-Dollar. Ein aktuelles Kurs-Umsatzverhältnis von 1. Ein derzeitiger Jahresverlust von 3 Milliarden US-Dollar bei einer aktuellen Shortquote von 9%. Bei NIO schauen wir uns zuerst mal den gesamten Chartverlauf an zeitlich. Die Allzeithochs haben wir jetzt mal abgeschnitten. Die waren im Jahr 2020 spät, beziehungsweise 21 im Januar bei 66, 67 US-Dollar. Mir geht es jetzt aber hier erstmal ums große Bild mit den aktuellen Levels. Wir hatten NIO vor kurzem im Video, da haben wir auf die Chance eines kleinen Doppelbodens hier hingewiesen. Jetzt aktuell muss man sagen ist die Preissection auch interessant. NIO probiert jetzt hier gerade aus einem Abwärtstrend auszubrechen. Das schauen wir uns natürlich auch noch gleich im Detail an, wo jetzt hier die wichtigen Widerstandszonen sind. Welches Szenario sich jetzt hier im Extremfall, wenn hier mal wieder ein bisschen Musik reinkommen sollte, ausspielen kann. Was aber auch die Zielzone ist zur Downside, wenn es doch nochmal neue Tiefs geben sollte bei NIO. Habt die Aktie die Woche auf jeden Fall auf dem Schirm. Wir haben Donnerstag vorbörslich hier die Zahlen bei NIO und das kann natürlich große Volatilität reinbringen. Für den Moment hält hier ein potenzieller Doppelboden. Für den Moment ist sie auch dabei. Gegebenenfalls hier aus dem aktuellsten Abwärtstrend auszubrechen. Sollte das aber nochmal Schwierigkeiten geben, den Rest schauen wir uns gleich im nächsten Clip an. Sollte das hier nochmal richtig problematisch werden, dann ist die Zielzone aus dem Anstieg zwischen dem April-Tief und dem Mai hoch diesen Jahres. Hier unten zwischen 2,90 Dollar und 2 US-Dollar. Und die 2 US-Dollar dürften uns auch nicht komplett schockieren, falls das kommen sollte bei NIO. Denn das ist hier einfach das Corona-Tief. Und es gab viele Stonks. Und ich muss sagen, NIO zähle ich da mittlerweile voll mit dazu nach diesem ultra harten Abverkauf, die sich eben letzten Endes hier das Corona-Tief abgeholt haben, teilweise ja sogar drunter gebrochen sind. Also sind wir mal hier nicht komplett geschockt, wenn das hier nochmal in die Hose gehen sollte mit dieser Bodenbildung, mit diesem Doppelboden und die Aktie dann doch nochmal abrutscht. Wichtig muss man ohnehin dazu sagen, groß gewichtet sollte die im Depot ohnehin nicht sein. Ich habe die auch bei mir liegen, zusammen mit einer Xiaopeng, aber halt sehr, sehr gering gewichtet. Und bei mir ist die auch im Depot, weil ich hier sage, entweder hält das jetzt hier irgendwo in diesem Bereich und wir sehen dann wirklich mal auch einen größeren Turnaround bei diesen China-EV-Aktien. Oder halt eben letzten Endes nicht ein paar Prozent, holen mich hier nicht hinterm Kühlschrank vor, muss ich ganz klar dazu sagen. Sondern wenn dann hier ein größerer Turnaround, wo man dann wirklich auch mal eine größere Rendite mitnehmen könnte. Aber wie gesagt, hier muss man auch einfach immer noch ganz empfindliche Abverkäufe auf dem Schirm haben. Und das begrenzt meiner Meinung nach, auch wenn das grundsätzlich natürlich hier im Rahmen von diesen sehr, sehr starken Tiefs aus dem Jahr 2020 nicht gänzlich uninteressant ist. Aber alleine die Gefahr, dass die hier nochmal minus 50, minus 60 Prozent hinlegt, begrenzt hier für mich die Positionsgröße doch deutlich. Und ihr habt es vielleicht auch schon rausgehört jetzt aus der ersten Analyse. Ich arbeite mit solchen Aktien auch ungern mit Stops, muss ich sagen. Lieber dann eine kleine Positionsgröße wählen. Aber hier hast du einfach eine ganz große Gefahr. Vor allen Dingen jetzt in dieser extremen Bodenbildungsphase. Wenn dann hier mal ein erster Impuls reinkommt und das Ganze dann wackelig korrigiert, beispielsweise wenn wir jetzt aus einer 200-Tage-Linie ausbrechen sollten, um danach zu konsolidieren, dann könnte man hier nach einer korrektiven Gegenbewegung durchaus über ein Trade-Setup nachdenken mit einem 3 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis und dann einem Stop irgendwo unter einem signifikanten Level. Aber jetzt hier in dieser potenziellen Bodenbildungsphase macht es relativ wenig Sinn, mit vor allen Dingen engen Stops zu arbeiten. Denn wir haben es ja hier beispielsweise gesehen. Du wirst dann hier abgefischt am Mittwoch vergangene Woche und danach springt die Aktie hier um 15 Prozent nach oben. Das ist hier in diesen vor allen Dingen tief einstelligen Beträgen auch gerade prozentual unglaublich volatil und demnach durchaus für mich nicht uninteressant, sich eine kleine Position hinzulegen. Das haben wir dann auch wirklich wörtlich gemeint, um eben drauf sitzen zu bleiben, um zu sagen, okay, entweder geht das hier komplett in die Hose oder eben mit dieser ersten Tranche, die man sich dann hier in diesem Bereich einsammelt, bekommen wir dann einen etwas größeren Turnaround. Hier ist ein potenzielles Dragon-Setup im Chart und zwar sehen wir hier das x-klares Swing hoch im Dezember 2023, dann Year-to-Date sind wir massiv nach unten abgeprügelt worden, bis in den April aufs Tief von 3,61 Dollar. Dann gab es die Zwischenrallye des B runter aufs C und jetzt haben wir hier auch grundsätzlich die Chance für so einen Adam & Eve Doppelboden, erstes Tief spitz, zweites jetzt etwas runder, sogar mit einem kleinen Doppelboden im zweiten Tief. Ganz uninteressant ist das nicht, auch hier der eben angesprochene potenzielle Breakout aus diesem kurzfristigen Abwärtstrend jetzt seit dem Mai. Aber wir sehen auch schon wieder das erste kleine Warnsignal, jetzt Widerstand an der 50-Tage-Linie bei den 4,25 Dollar, sind aber noch über dem Abwärtstrend. Wichtig ist ganz klar, keine neuen Tiefs für NIO, ansonsten droht hier unten die Zielzone, die wir eben angesprochen haben und auf dem Weg nach oben, falls es den Weg nach oben geben sollte, falls wir jetzt möglicherweise auch gerade am Gesamtmarkt wirklich vor so einer Rallye stehen, wo auch jetzt sage ich mal wirklich, Entschuldigung, Ausdruck, aber Schrott richtig anspringt und steigen sollte, nämlich einiges extrem runtergeprügelt aktuell, wo man durchaus möglicherweise dann eben auch vor einer Gesamtmarktkorrektur nochmal so eine gewisse Nebenwerte-Rallye sieht. Auf dem Weg nach oben achten wir bitte auf die Widerstände. Der erste wichtige Widerstand sind die 4,50 Dollar, dann die 5 US-Dollar, ganz wichtiges Level, dann die 5,30 bis 5,70 Dollar. Auf dem Weg dorthin haben wir bei 5,50 Dollar die 200-Tage-Linie und hier letzten Endes auch von diesem potenziellen Dragon-Setup, den Scheitelpunkt, der geht dann bis 6 US-Dollar und das Ziel, wenn das hier wirklich dieser Doppelboden werden sollte und es sich komplett ausspielt, dann könnten durchaus sogar Kurse denkbar sein zwischen 8 US-Dollar und 9 US-Dollar. Wer hier eine ganz große Trendwende sehen möchte bei NIO, der braucht erstmal ganz klar Kurse über 9,50 Dollar. Für den müssen wir ganz klar das Dezember und Dezember 23, Januar 24 hoch rausnehmen und mittel- bis langfristig braucht man dann hier Kurse über 16 US-Dollar. Also wenn das jetzt hier wirklich ein richtiger Bullrun werden sollte und auch vor allen Dingen was Nachhaltiges, dann können wir über eine endgültige Trendwende wohl erst sprechen, über 9,50 gegebenenfalls, dann weil es halt auch so ein ganz signifikantes Top war im August 2023 eben über den 16 US-Dollar. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Kommt zu Plug Power, aktuelle Marktkapitalisierung 1,65 Milliarden US-Dollar, ein aktuelles Kurs-Umsatzverhältnis von 2,4, ein derzeitiger Jahresverlust von 1,5 Milliarden US-Dollar bei einer Shortquote von 28%. Plug Power schauen wir uns an, im Chartverlauf zurück bis 2017, 2018 ist übergeordnet eine Aktie, die schon lang am Markt ist. Man könnte auch sagen, die so eine oder andere Krise schon überlebt hat, aber die aktuelle Krise beziehungsweise der aktuelle Abverkauf ist schon wirklich absolut brutal. Und ich muss auch sagen, ich schließe hier auch das Thema Totalverlust oder das Thema auch Delisting bei Plug Power nicht gänzlich aus. Auch diese Serie an roten Earnings ist wirklich legendär. Seit Ende 2020 gab es hier nur Enttäuschungen zur Downside, was die Earnings angeht. Also man könnte sagen, egal wie niedrig die Analysten ihre Messlatte stellen, Plug Power schafft es wirklich auch nochmal daran zu scheitern. Und jetzt haben wir hier aber auch nochmal eine ganz klare Messlatte im Chart. Und wenn Plug Power an dieser Messlatte scheitern sollte, muss man wirklich sagen, dann ist da kein Support mehr bis in den Bereich 1,50. Das wäre ein ganz kleines Level. Ein etwas stärkerer Support wäre ein 1,30. Aber im Prinzip ist dann da erstmal nichts, auch bis in den Bereich um den einen US-Dollar. Und das Level, was Plug hier halten kann, möchte ich was sagen, halten muss. Das ist der Bereich von 1,90. Das Level aber an sich ist durchaus interessant hier in diesem Umfeld. Um die 2 US-Dollar, 1,80 bis 2 US-Dollar war schon mal so eine Zone im März 2018 bis November 2018. Du siehst aber, was passiert, wenn du dann diese Zone nach unten auflöst. Es gab diesen brutalen Meltdown nach unten. Und danach wurde diese Zone nach der Rallye wieder zum Support. War schon mal Support, haben wir schon oft drüber gesprochen. Brech mal drunter. Nach einer Rallye wird wieder zum Support. Spring-Back-Test ist für den Markt ein Signal, dass man hier dann durchaus auch mal an einer Trendwende arbeiten kann. Und jetzt sind wir an diesem Level von den 1,90, 1,88 zurück bei Plug Power. Und jetzt auch bereits das zweite Mal in Folge. Die Frage ist natürlich jetzt nur, gibt es hier wieder diese Bewegung? Den Meltdown runter auf einen Euro, die Rallye drüber, um dann den Spring-Back-Test zu zeigen. Das wäre natürlich auch noch mal prozentual heftig, weil in dieser Zielzone zur Downside hier bereits 50% drin wären, dass die Aktie eben nochmal verliert. Auch dieser Abwärtstrend ist sehr, sehr wichtig. Man kann sich hier mal einen Preisalarm draufsetzen. Größer als auf 8 Stunden Schlusskurs. Dann haben wir hier zumindest eine Warnung, dass Plug Power vermutlich diesen Support hier gehalten hat. Auch in dem Bereich unter diesen Support setzen wir uns mal einen Preisalarm. Dann haben wir die Aktie eigentlich relativ gut eingekesselt. Der untere aus bullischer Sicht, der sollte besser nicht triggern. Der obere, der Breakout aus dem Abwärtstrend, der darf sehr, sehr gerne triggern, weil wir dann durchaus auch mal hier eine Gegenbewegung auf dem Schirm haben können. Zurück in den Bereich um die 2,50 bis 3,20 Dollar. Man muss aber auch bei so einer Plug Power und bei so einem Stonk vor allen Dingen immer die 200-Tage-Linie respektieren. Der Markt respektiert sie deutlich. Das war der Mai 2024. Das war das letzte Mal, dass wir ansatzweise hier in die Nähe der 200-Tage-Linie gekommen sind. Die Reaktion war klar. Hier haben die Algos so richtig abgeladen. Die Aktie. Also habt es mal auf dem Zettel so richtig spannend und bullisch. Kann so eine Plug erst werden, wenn wir mal wirklich die 200-Tage-Linie rausnehmen. Dann vermutlich und vor allen Dingen, wenn in dieses Thema Wasserstoff nochmal Hype reinkommen sollte. Aber so richtig. Also kann man hier grundsätzlich schon auch davon reden, wer hier wirklich. Und das ist jetzt eine ganz wichtige Aussage. Gerade auch in Bezug auf die Depotgröße, beziehungsweise auf die Positionsgröße im Depot. Wer hier zocken, nichts anderes ist das. Die liegt auch bei mir. Aber ich denke mir, glaube ich, mit 0,2% Depotanteil. Wer hier zocken möchte oder 0,15% Depotanteil. Wer hier zocken möchte, kann sich diese untere Zone mal anschauen. Aber du musst hier ganz klar auf dem Schirm haben, dass sowas auch wirklich in einem Totalverlust enden kann. Man hier auch schwierig mit Stops arbeiten kann. Wo willst du hier stoppen, wenn die da runterkommt und dann den Turnaround zeigt? Bei minus 30, 40%. Da hat man dann lieber eine kleinere Positionsgröße. Und wer dann hier möglicherweise mal strategischer vorgehen möchte, der wartet natürlich auf den ersten Impuls. Auch auf einen Breakout aus der 200-Tage-Linie. Wenn sie dann mal konsolidieren sollte über so eine 200-Tage-Linie, dann kann man sie auch strategisch probieren. Wer hier sich möglicherweise so eine kleine tickende Zeitbombe buchstäblich ins Depot reinlegen möchte, als zockt, schaut sich diese Zone hier an. Hat aber auch bitte auf dem Schirm, dass eine Aktie, bei der man einfach auch ganz klar das Wort Totalverlust in den Mund nehmen muss, zwingend eine sehr, sehr kleine Positionsgröße nur haben darf. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze. Und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.